Was ist denn das? Oh, herrlich! Hier gibt es einen, was war das? Snowball. Und du? Gebackene Banane. Und Matthias? Hat es dir gut geschmeckt, Matthias? Bist du zufrieden? Ja wunderbar. Stößchen. Ich bin das Geburtstagskind, mir hat es super geschmeckt. Wir sind von den ganz netten Leuten hier eingeladen worden. Von Ente Mohl, von Hot oder Schrott sind es unsere Chefs sozusagen, kann man sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, liebe Grüße und lasst es euch gut gehen. Bis bald, euer Hubert.